Hey Freunde, willkommen zu den Top Neuheiten von Funke. Wir haben hier wieder 4 wunderschöne Neuheiten. Rausgekommen sind sie 2022 und heute testen wir alle 4 davon. Wir haben hier die 1000 Silbertaler in verschiedensten Auflagen. Wir haben oben die ganz normalen 1000 Silbertaler, 4 Fontänen im Set. Dann haben wir 1000 Smaragde, genauso wie die Silbertaler, nur halt in grün. Auch wieder 4 Stück, also überall sind 4 Stück drin, können wir gleich vorweg sagen. Wir haben die 1000 Kristalle, das sind so platzende Kristallsterne, auch 4 Stück. Und 1000 Rubine, halt Rotglitzer. Ähnlich der Leslie, da gab es mal eine, ich komme gerade nicht auf den Namen. Vielleicht wisst ihr es ja, von Leslie gab es mal so eine dreiröhrige Fontäne. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie gesagt, wir testen die alle mal weg. Preislich liegen wir pro Paket zwischen 5 und 6,50 Euro. Je nachdem, was für eine Ausführung ihr möchtet. Kaufen könnt ihr die zum Beispiel auch bei Röder Feuerwerk, da habe ich sie her. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jedes Paket hat übrigens noch eine NEM von 128 Gramm. Und da würde ich sagen, gehen wir mal raus zum 4er Test der, ja, 1000 irgendwas von Funke. So, dann haben wir jetzt hier den Test von den 4 verschiedenen, ja, 1000 Silberschalern. Ja, würde ich sagen, zünd einfach mal der Reihang weg. Wir sehen ja dann, was es für ein Fick ist. Ja, das sind die normalen 1.000 Silberzahler. Das sieht man ja nicht so. Ja, schöne Teile. Nimmst du die Dinger mal und machst sie ein bisschen weiter auf die Straße, wegen Funkenflug. Das wäre super. So, dann den nächsten. Also das waren jetzt gerade die 1000 Silberzahler. Ich denke mal, das da sieht irgendwie grün aus. Werden wir mal sehen. Ja. Wunderschöne Neuheit. Als nächstes, der sieht rot aus. Der Rubin ist wirklich am schönsten, muss ich sagen. Den habe ich vorhin schon mal getzündet. Ja, ich wollte gerade sagen, jedoch ins Licht. Ja. Oh, ich bin richtig zu frei. So, dann müsste eigentlich nur noch der Kristall fehlen. Das sind ja diese platzenden Sternchen. Mal gucken. Oder Kristalle. zu holen. Ja, Kristalle machen irgendwie alles kaputt, aber ansonsten waren es trotzdem auch schöne Kristalle.